Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 4. Diesmal wieder mit Melissa in der Uni. Und in den letzten zwei Parts waren wir ja mit dem Geheimbund zugange. Also sie wurde ja abgeführt und im letzten Part haben wir uns dann dem Geheimbund angeschlossen, haben uns das Grundstück da auch angesehen. Ich habe festgestellt, ich konnte da auch speichern und alles. Das ist wunderbar. Ich hatte ihr eigentlich auch ein paar Sachen aufgegeben, was sie jetzt in dieser Folge machen sollte. Ich starte gerade das Spiel und ja, das wusste ich jetzt nicht. Sie kam eben mit der Limousine hier angefahren, wieder auf ihrem Heimatgrundstück. Also ich weiß nicht, wie ich das hinkriege, wenn ich das Spiel lade. Ich muss ja irgendwie laden, dass wir mit ihr weiterspielen. Ja, und ich weiß nicht, ob ich sie auf dem Geheimgrundstück in dem Sinn laden kann, weil es wurde nur hier in dem Studentenwohnheim angezeigt. Ja gut, jetzt ist sie da natürlich auch wieder. Okay, macht ja aber nichts. Wir können ja jederzeit auch wieder dorthin. Ist, denke ich, jetzt nicht so tragisch. Sie wird auf jeden Fall immer wieder hierher gebracht. Gut, dann wissen wir das auch. So, sie wollte eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, mal was essen. Dann will sie mit Leuten recherchieren, was sie denn jetzt für Wünsche. Markipol geht zu, nein, das werden wir nicht machen. Die haben jetzt andere Dinge vor. So, und das Studienfach wollte ich noch wechseln. Genau, was macht sie denn gerade eigentlich momentan? Und Philosophie. Genau, das war es, was ihr jetzt macht. Und dann müssen wir mal gucken. Gut, dann machen wir hier erst mal weiter und gehen was futtern. Da gibt es noch was, bevor es weggeräumt wird, schnell mal sichern. So, geh und schnapp dir das Ganze. Ja, ich weiß, es ist blöd jetzt, ne? Ich hätte auch gehofft, dass wir da einfach weiterspielen können. Nicht wegräumen das Ding da. Ja, bitte. Ja, lass uns das. Was gibt es denn? Spaghetti mit Fleischbällchen. Okay, ja, dankeschön. Weil die geht ja jetzt dann, die gute Dame. Tschüss. Hat ihr sollt für den Tag erledigt? Ach, aber ich bin immer noch total happy, dass das mit dem Geheimgrundstück geklappt hat. Eigentlich wollte ich sie jetzt mal an den Lügendetektor setzen oder mit dem Sauberkeitsding umsuchen lassen. Also, den Lügendetektor, habe ich rausgefunden, macht kreativ. Sehr interessant. Da hätte ich eigentlich auch drauf kommen können. Ja, und das Fingersuchding da, Fingerabdrucksuchteil, macht halt Sauberkeit. So viel war mir noch bekannt. Oh, oh, du musst wieder trainieren gehen. Tja. So ist das halt, ne? Naja, ja, ja. Aber gut, jetzt bringst du das erstmal weg und dann, ähm, wieso? Hatte sie vielleicht gar keinen Hunger? Egal. Habe ich das wieder verwechselt. Okay. Ähm, wir wollen mal das Studentenfach wechseln. Warte mal kurz. Ähm, College, College, College. Äh, Fach wechseln. Genau. Weil ich habe ja vor, mit dir mehr als nur ein Fach zu studieren. Auf geht's. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, in welche Richtung ich das geplant hatte. Oh, egal. Was war nochmal ihr Lebenswunsch? Habe ich nochmal gucken. Ähm. Große Denkerin. Ach, Medienmagnatin wollte sie ursprünglich werden. Naja. Du wirst irgendwas. Hm, 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 hm. So, leh. Komm, zeig mal. So, wir machen gerade das. Philosophie. Und, ähm, zeig mal. Da ist, ah, ich habe wohl doch auf den Journalismus oder auf das? Ne, ich wollte das übernatürliche Dingen haben, ne? Genau, das will ich haben diesmal. Damit wir uns diesen Draht zur Hölle auch mal privat sichern können. Genau, dann wäre als nächstes, glaube ich, die Psychologie angesagt, oder? Ach Gott, jetzt muss ich mal durchgucken. Da nicht, da nicht. Äh, 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 hallo. Äh, gib das nochmal her. Ja, hier ist es auch wieder dabei. Genau. Äh, ne, da. Ja, hallo. Hihi. Äh, wo war es noch? Ähm. Nur mal gucken. Da ist es auch nochmal. Ah, bei der Physik. Genau. Weil ich glaube, zweimal können wir noch wechseln. Und dann haben wir alle durch. Das ist Gesetzeshüter. Ja, gut. Okay, dann ist das nächste, was er studiert, die Psychologie. Psychologie, die Lehre vom Geist. Jeder ist sich bewusst, wie komplex das Gehirn eines Sims ist. Aber nur wenige verstehen, wie es funktioniert. Stimmt genau. Ich gehöre mit dazu, die nicht verstehen, wie es funktioniert. Ein Sim ist nämlich tatsächlich eine wilde Mischung von Wünschen, Persönlichkeiten und Grundinstinkten. Aha. Und vielleicht kann nur jemand, der Psychologie studiert, die Methode hinter diesem Wahnsinn verstehen. Hm, dann wollen wir mal gucken, dass wir die Methode hinter dem Wahnsinn verstehen. Dann nehmen das jetzt mal an. So, und dann wollen wir doch direkt mal schauen. Moment, bevor du wieder irgendeinen Quatsch machst. Ah ja, okay. Sie braucht Charisma jetzt. Gut, das hat sie alles. Und die neuen Zeiten sind von 12 bis 14 Uhr. Okay. Ein bisschen Sauberkeit kann sie noch vertragen. Ein bisschen Kocken kann sie noch vertragen. Und also, ich finde auf dem Grundstück, auf diesem Geheimgrundstück, können wir auf jeden Fall mehr als genug für sie lernen, machen, tun. So, dann gehst du mal hoch, würde ich sagen. Geh mal bitte benutzen. Das ist eine super Idee. Und dann kannst du eigentlich auch noch recherchieren. Sie ist ja voll fit hier. Ähm, ja. Und da sie noch recherchieren wollte, ähm, jetzt sind alle unten, oder wie? Naja, gut, du könntest eigentlich auch erstmal die ganzen Bücher hier wegräumen, liebe Melissa. Weil das nervt ein bisschen hier. Guckt es euch an, die Büchereihe. Komm, tu mal, alle Bücher weglegen. Das geht so nicht. Das ist ja der Hammer. Und wir beschleunigen das Ganze auch nochmal ein Stückchen. Weil man kennt das ja, ne? Die ist ja nicht die schnellste momentan. Und unten sind sie voll am Abfeiern, ey. Eigentlich hatte ich auch überlegt, für sie nochmal, oder mit ihr, eine Party zu schmeißen. Dass man die liebe Familie einladen kann. Wir haben das erste Semester geschafft. Das wäre ja eigentlich mal eine Party wert, ne? Also noch irgendwo Bücher rumfliegen. Ach Gott, dann, ja. Dann hol schnell. Zack, wo denn? Wo liegen noch Bücher? Ah, da. Und ab nach oben mit dem Buch. Lalalalalala. Lalalala, genau. So, das müsste es jetzt aber auch gewesen sein. Und noch ein Buch. Ei, Mädel. Wo hast du denn die... Wo liegen denn die ganzen Bücher? Noch ein bisschen schneller. So, bis sie jetzt halt... Äh, so. Stopp. Stopp, Maus. Stopp, 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 stopp. Äh, ist hier jemand? Ich dachte, ich hätte hier gerade wen gehört, dass da wer sitzt zum Recherchieren. Ne, ne? Keiner da. Ach, das ist aber auch jetzt echt dumm. Und du brauchst Spaß. Ja, und du willst dann das Geldbäumchen. Ja, das ist okay. Das machst du mal. Genau, mach das. Tu das. Genau das wollte ich dir auch gerade vorschlagen. Ach, und wir brauchen immer noch ein Handy. Hm, hm, hm. Und jetzt um 0 Uhr, 4 Uhr irgendwas noch Leute anrufen. Ist auch blödsinnig. Ja, dann gieß den bitte auch gerade. Ach so, ja, was ich noch geguckt hatte. Ich hab mir ja, wie gesagt, eben... Ähm... Du brauchst doch Spaß. Meckere doch nicht. Eben noch mal die letzten zwei Parts angeguckt. Und wir hatten ja Fotos gemacht. Da mit diesem tollen Fotoapparat. Und hatten die verkauft. Und ich hab das ja nicht sehen können. Hm, ja, okay. Dann schalt doch mal um auf... Nachrichten. Wie wär's damit? Äh, und wie gesagt, ich hab mal aufgepasst. Es waren, glaub ich, wenn ich's richtig gesehen hab, irgendwas mit Paaren 60. Also, entweder waren's 65 oder 69 Simoleons, die sie da mit dem Foto verdient hat. Also, das ist nicht verkehrt. Kann man mal so sagen, ne? Das ist schon was Feines. So, jetzt rennt hier die Zeit. Wir haben schon halb sechs morgens. Hm. Und sie hat um was? Zwölf, glaub ich, ihren Unterricht. Recherchieren mit anderen ist grad ein bisschen blöd. Aber sie hat auch wieder ein bisschen zugelegt. Jetzt wäre ja fast schon die Frage, ob sie grad ins Fitnessstudio mag. Abmarschieren, damit sie da noch mal ein bisschen trainieren kann. Sie kann ja dann auch von dort aus in den Unterricht. Ja, guck dir das an, ne? So geht das. Du kennst das, ne? Du hast die Metzlstation mehr als genug benutzt. Jo. Und Spaß hast du jetzt auch. Na, mach aus. Und dann würde ich sagen, du gehst auf ein anderes Grundstück. Zack. Ey. Huhu. Und zwar natürlich hier, klar. Campus Café. Nee, das könnten wir hinterher machen. Wir gehen jetzt erst mal trainieren. Wo ist denn das Fitnessdingensbumens nochmal? Äh, war das hier irgendwie? Suchst du im Ort Elektrogeräte kaufen? Nee, 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 nee. Ich suche eigentlich, äh, das, wo wir hin sind, als wir uns fit machen wollten. Ähm, bis zum Einkaufen. Da, Sporthalle. Ich bin aber auch wieder blind. Abmarsch in die Sporthalle. Mhm. Weil ich finde, wir müssen uns ein bisschen um die Figur kümmern. Also, ne? Wir haben gesehen, wohin das führt, wenn man das längere Zeit nicht macht. Ich sage nur Manuel und Regina. Vor allem Manuel. Und, ähm, du hast ja irgendwie die Gene geerbt. Und da, da, da müssen wir aufpassen. Nee, sonst wirst du so ein kleiner Dickmops. Ich meine, wobei, das ist jetzt noch nicht schlimm. Aber, man weiß, wie rasant sich das vorwärts entwickelt, ne? Wenn man da erst mal anfängt. Nicht aufzupassen. So. Ja. Ich habe jetzt natürlich auch keine Ahnung, wie denn das wäre, wenn wir bei dem Geheimbundsgrundstück, sage ich mal, ihr wirklich so ein kleines Zimmerchen machen würden, sodass sie da im Prinzip wohnenbleiben könnte. Äh, und ich das dann da speichere und wieder das Spiel starte, ob sie dann trotzdem immer wieder da in das Wohnheim gepackt wird. Das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ist das auch nicht so gedacht, dass man da direkt einzieht. Hm, auch wenn ich es irgendwie interessant finden würde. Aber na gut, wer das weiß, kann mir ja mal Bescheid geben. Falls da von euch schon einer diese ganzen Sachen entdeckt hat und so und sich da auskennt, wäre schon toll. Zudel, sie will was? Will sie denn da? Ah, und date. Kann man das? Ah, nee, Mist. Schade. Wir dürfen nur eins festmachen momentan. Gott, was für eine Musik habe ich hier gerade auf dem Ohr? Das ist ja der Hammer. Äh, so, da bist du. Okay, ich dachte eben schon. Was wollen wir denn heute trainieren? Gehen wir erst mal eine Runde laufen? Komm, geh erst mal eine Runde laufen. Lass die Dame da mal links liegen. Geh mal laufen. Erst der Sport, dann das Vergnügen. Ne? Boah, ist das die Musik, die da... Oh, ja. Äh, kann man das ändern? Nee, leider nicht. Voll die... Ja, Mädel, bist du doof? Dann geh hier trainieren. Komm, ist doch jetzt wurscht, wo und wie und was. Hey, wen haben wir da? Delia und, äh, wer bist du eigentlich? Erika Schiffers und... Ja, na, na, na. Okay, sind auf jeden Fall ein paar Leutchen dabei. Und wir trainieren einfach mal ganz nett. Ja, aufpassen, nicht hinfallen. Ah, dann mal hinten zu. Hm. Alle in einer Reihe, schön am Trainieren. Hallo, wer bist du denn? Hm. Da kann man dann auch wieder Leute treffen, das ist schon okay. Oh, und trainieren macht ihr sogar auch Spaß. Das ist mir ja mal ganz was Neues. Das wusste ich gar nicht, dass sie so einen Spaß am Trainieren hat. Wie, du meinst, das reicht? Reicht das? Für unser Bedürfnis? Jawoll. Ei, hallo. Ei, dann begrüß doch die Dame mal. Ei, wer bist denn du? Aha. Kann man mit der irgendwas machen? Einfach mal reden, plaudern. Komm, plauder mal mit ihr. Wen haben wir da? Rolf und Dingsbums. Keine Ahnung. Aber ich glaube... Oh, hier könnte sie auch was essen. Cool, da hätte ich ja voll... Ähm, duschen kann sie auf jeden Fall. Das sollte sie dann auch tun. Das heißt, du gehst hier dann mal duschen. Äh, ja. Ich muss mal kurz... Hallo? Hilfe? Äh, ich dachte eben... Halt, 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 halt! Kalotta! Kalotta begrüßen. Hör mal auf. Das ist jetzt wichtiger. Begrüße die Kalotta. Die haben wir doch schon kennengelernt. Kalotta, die nette Hexe. Ja, hallo. Tagchen. Ich finde, die sehen so cool aus. So richtig schön. Komm, geh Kalotta begrüßen. Mann, bist du lahm. Ehrlich, Mädel. Wir müssen uns mehr mit ihr unterhalten. Äh, reden, plaudern. Ähm, was können wir noch mit der machen? Unterhalten, einen Witz erzählen vielleicht mal. Und, ähm, über Hobbys erzählen. Nein, über Hobbys reden will ich. Über die Wissenschaft ist vielleicht gut. Ähm, können wir denn da noch mit der spielen? Irgendwie mal eine Runde. Geheimer Handschlag. Oh, hatte ich sowas schon mal? Nee, das passt, glaube ich, nicht so gut. Oh, ey, nicht gelangweilt sein jetzt hier. Hallo. Boah, du bist ja echt, ähm... Hörte mal von uns zu fragen. Was sind deine Fähigkeiten? Was verdienst du? Was ist dein Job? Anteil nach Abzuhören, nach Interessen, nach Ängsten, nach Wünschen, nach Reden, nach Sternzeichen. Ah, können wir sie vielleicht fragen. Und vielleicht mal fragen, äh, irgendwie hängt meine Maus, ich weiß ja auch nicht. Nach Sternzeichen fragen. Hallo! Das Ding macht nicht, was ich will, nach Sternzeichen. Oder habe ich das jetzt zweimal? Ähm, ja, gut, okay. Und was für einen Job hast du jetzt? Habe ich wieder nicht mitgepräzis. Fisch, okay. Äh, warte mal kurz. Stopp. Äh, lep. Oh, wir sind schon befreundet. Ja, supi. Weil ich muss sie ja wohin kriegen. Ähm, vielleicht nochmal reden. Ähm, über Interessen, ja. Und dann vielleicht noch... Also irgendwie habe ich es heute mit dem Geklicke. Vielleicht machst du mal ein Breakdance für die Dame und tust sie mal wertschätzen, bewundern. Das ist, denke ich, auch immer ganz gut. Wo hast du denn eigentlich deine Katze gelassen, Carlotta? Ich wüsste gern, wo deine Katze abgeblieben ist. Oh, ich muss auch ein bisschen auf die Zeit achten. Ah, sie mögen Filme. Könnt sie auch mal so rumstellen, ne? Ja, ach, sie ist so süß. Kann man jetzt irgendwas mit ihr reden, flirten, beteiligen, gestikulieren, fragen, äh, okay. Ähm, nochmal reden, dratschen vielleicht, ne Runde. Oh, Hilfe. Wir werden aber jetzt nicht verhext, oder? Oh. Ah, da ist wieder alles so schön. Oh Mann, zeig uns doch mal, wie das geht. Überreden zu, was kann man... Warte mal. Ähm, stopp, Moment, Moment, Moment. Ich muss mal kurz Pause drücken, nicht, dass mir das Zeug hier wegläuft. Ähm, überreden zu, kann man da was man aufräumen, Küssen, Spielen mit... Ne, das wollen wir nicht. Ähm, ärgern, Spielen, Reden, umarmen, flirten, unterhalten, wertschätzen. Es gibt noch nicht das, was ich gerne hätte. Wie hoch müssen wir denn da kommen, ey? Hm. Ne, 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 ne. Ich habe das ehrlich gesagt auch schon ewig nicht mehr gehabt. Deswegen weiß ich jetzt gerade nicht so ganz, hm. Reden, abhängen, Interessen. Äh, du könntest dir mal von Reisen erzählen. Und, ähm, naja, irgendwie hängt es heute. Und nochmal witzken und vielleicht nochmal wertschätzen, bewundern und, ähm, umarmen. Freundschaftlich. Ja, gut, freundschaftlich ist, denke ich, in Ordnung. Wir wollen ja nicht mit ihr anfangen, mit der lieben Carlotta, aber, ähm, ja. Ja, da war immer dieser hinterhältige Schurke, genau. Wo wir Urlaub gemacht haben. Ah, die sind da so schön mit den Schmetterlingen, die hier rumfliegen und alles. Was, was machst du jetzt? Äh. Kannst du bitte erstmal hier weitermachen? Hm, du kannst danach in den Unterricht gehen. Aber erst wird die Dame fertig umarmt und so und weiter ausgefahren. Und dann kann ich den guter. Ja, mach's gut. Äh, ja, das kannst du jetzt weglassen. Oh, wen haben wir da? Victoria Zasta. Oh, yeah. Alla dann, tschüss, bis demnächst. Vielleicht sehen wir uns demnächst wieder. Jetzt haben wir natürlich nichts von dem gemacht, was ich ursprünglich machen wollte. Oh, und ich sehe, meine Zeit ist auch schon wieder um. Na, macht ja nix. Ja, ach, Carlotta. Ich finde das so toll mit diesen Hexen. Hm. Jetzt sind wir wo? Ach, wir sind da auf dem Sportdingsfeld. Da ist die Katze. Jetzt ist sie da. Ach, wie süß. Na gut. Egal. Und weg ist sie. Und wir sind auch wieder da? Sind wir wieder da? Sind wir wieder da? Halt. Ne, wir sind noch nicht da. Es rennt noch die Zeit. Äh, ja. Gut, dann warte ich wenigstens so lange, bis da sind wir wieder. Sind wir in den Sportklamotten losgedackelt? Egal. So, wen haben wir fest kennengelernt? Hallo, ich habe doch Pause gedrückt. Pause. Okay, so. Melissa hat Professor Melanie Königs kennengelernt und den Professor Sören Zimmermann. Okay, das ist wunderbar. Stimmt, wir haben ja jetzt neue Professoren. Wir sind ja da jetzt in einem neuen Kurs. Wen haben wir denn da? Ah, Clemens Scheel und Gregor Esser. Und sie ist schon wieder am Datteln. Ja, zeigt mal die Leute. Ach, auch nicht schlecht, die zwei. Hm, sehen beides sehr nett aus, finde ich jetzt mal so. Ja, gut. Ich habe jetzt Pause gedrückt, da lasse ich sie auch erst mal. Wir sehen dann im nächsten Part, wie es hier weitergeht, was wir mit ihr noch so anstellen. Trainiert hat sie ja jetzt. Vielleicht gehen wir da gerade noch auf ein anderes Grundstück mal wieder. Müssen wir mal schauen, gell? Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.